Also ich buff mich jetzt direkt, also ich hab die Schnauze voll von der BT. Ich bring jetzt den Strom um, komme was ich wolle. Ich buff mich jetzt auch. Ich würde das gerne nochmal mit der Juju testen, äh mit dem, ja egal. Ja ist echt so, hätten wir das vorhin so gemacht, in der einen Runde, dann hätten wir vielleicht noch eine Chance gehabt. Ach so, fallen gehen doch gar nicht mal. Ja danke. So ein Mist, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das sind schon. Ist ja ein ganzes Let's Play, wie von einer Welt. Die ganze Versuche soll ich rausschneiden, die sind aber lustig, oder, ich weiß es nicht. Ich lass es einfach so, vor allem Versuche, ich glaub das bleiben Versuche. Ich hab echt keinen Plan, wie man das machen soll. Ich frag mich, wie oft Blaze Lifehammer hier sterben würde. Meinst du, die sind auch schon da mit dran? Nee, nee, die sind noch nicht so weit. Ich hab ja jetzt schon die Hälfte meines Lebens ver... Oh, danke. Ich frag der Klinger. Da. Er hat noch keine tote Beete gerufen. Ich sag lieber nichts. Welchen Daniel hat er gestreamt? Den? Ist er denn weitergekommen? Ach so. Ah, jetzt hätten wir mal seine Strategie gucken können, ne? Mhm. Aber wir wollen uns ja auch nicht spoilern lassen. Nachher sehen wir, was am Ende passiert. Ja, ja. Vielleicht haben ja die Zuschauer irgendwelche Ideen. Wenn wir es bis dahin noch nicht geschafft haben. Der hat ihn noch nicht gerufen. Ich sag mal ganz ehrlich, wer hat sich das hier auch... einfallen lassen. Der hat schon gesoffen. Ich denke mal die Haut als nächster. Ich glaub nämlich auch. Boah, du Dieb. Mir fehlt nämlich ein Pip. Mir nicht. Aber ich brauch jetzt mal die Klinge. Ich will jetzt testen, was passiert. Ob wir alle Juju kriegen? Ja, das ging. Nice. Ja. Mal schauen, ob wir auch zum Angriff kommen, ne? Pascal hat schon gut Kling drauf. Ja. Tote Beete. Chill jetzt mal ne Runde. Ja. Ich hoffe, die killt den Gehilfen oder mich. Oh Gott. Kein Griff, bitte. Oh. Block, 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 block. Scheiße. Das ist ja wie früh. Oh Gott. Was, diese? Nein. Ach, schlecken einfach hier. Ich hab Hunger. Ja. Ich hätte jetzt Lust auf ein Stück Schokolade. Ich hoffe, Tote Beete äh, äh, killt Söldner. Bist du eigentlich noch am Leben? Mhm. Aber das war doch damals auch so, dass Mirage im Test hier total schwer war. Und danach, äh, wurde Mirage erleichter gemacht. Es gab ja noch nie so ne Warnung. Mhm. Ciao. Ah, ne. Die Tour wieder. Jetzt killt die gleich ein. Wow. Und wir kriegen alle nen Pip. Toll. Was ist, wenn man bei dem, bei den Vieren jetzt jedem eine, also allen eine Klinge geben kann? Ähm. Vielleicht war das grad nur beim ersten Boss so, dass man nie in dem. Ne. Haben wir das nicht sogar vorhin versucht beim ersten Kampf mit der Klinge? Ja. Ja. Das war toll. Okay. Also man muss das auf jeden Fall alleine machen, weil im Internet findet man nicht über die. Ja, dann haut trotzdem. Ich raste aus. Oh Gott. Wir müssen den Stummi killen. Ja, der geht auf Passi. Aber so. Bitte lass... Das ist gar nicht das Gift. Mhm. Mhm. Aber der kann das ja trotzdem nochmal machen, ne? Ja. Da bringt der Juju auch nichts. Boah, bitte bringt den Sturm rum. Ja, das Problem ist, der hat ein Feuerschild. Ich geh jetzt auf Sturm, okay? Ja, mach das. Was kommt woher? Ja. Was soll ich denn machen? Dann mach ich das auch. Ja. Ja. Aber immerhin ist die Beete tot. Wenn ich mal kein Schild gehabt hätte, ne? Aber trotzdem nice, Fassi. Stirb. Ich frag nicht, ob die wiederkommt, wenn man die Getüse hat. Ich mach nicht so viel Damage, ich bin Noob. Grit. Gibt's nicht. Ach, der macht Schwäne, ne? Mhm. Wir sind schon ein bisschen weiter wie sonst. Respekt. Ah, wenn danach noch was kommt, ne? Vielleicht ich mal vor, wir kommen jetzt weiter. So, jetzt schnell wieder Klingen machen. Wir kommen jetzt weiter. Und dann beim nächsten Boss, was auch immer da dann kommt, dann werden die Server wieder runtergefahren. Äh. Ich will gar nicht, dass er überhaupt wie nächster Boss kommt. Wie lang sollen die den tollen gehen? Muss ich das ja wirklich alles kürzen, ne? Guck mal, schöner Rundenschaden. Fürn Sel, ne? Und ein Spahn. Wie viel macht er denn? 600. Okay. Aua. Aduk muss sterben. Aduk. Ja. Oh, 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 oh. Wir brauchen einen neuen Söldner. Mhm. Äh. Ruf mal den Affen. Dann... Wir können doch auch hauen. Ruf lieber einen Heiler. Der auch direkt weit führst. Aber eigentlich haltet er auch manchmal fleißig. Ach, das war das. Stimmt. Oh nein. Wir sind sowas von tot. Aber erst in der nächsten Runde. Ich hoffe, die sind einfach nur zu dumm und machen irgendwie was Kleines. Da sind Menschen dahinter, ganz ehrlich. Ich wollte eigentlich nur zwei Videos haben fürs Wochenende. Jetzt habe ich Videos für drei Wochen. Ich bin so gespannt, was als nächstes kommt, ne? Wenn wir das überhaupt schaffen. Oder die Trops. Ja. Nein, ich bin nicht gestunt. Nur meine Pups sind weg. Ich hoffe, dass wir keinen Baller dabei haben mit Aura zu stören. Du bist gestunt. Du bist gestunt. Oh nein. Nein. Aber in der ersten Runde haut die eigentlich noch gar nicht, ne? Meinst du, meinst du? Pasi ist gleich tot. Ich will jetzt testen, was passiert, wenn wir nicht vom Schiff machen. Passt den auch nicht. Hä? Oder auch doch? Ich habe gedacht, da kommt jetzt was. Fein. Guter Junge. Wenn wir den Stummi jetzt gleich noch killen, wenn wir das überleben hier. Dann kann die tote Bete nicht mehr den Scheißangriff machen, oder? Hm. Geschweige denn kommen. Guck mal, der blockt. Lebt ihr noch? Gut. Was kommt jetzt? Sirene. Der geht auf Pasi. Der ist heiß. Das haben wir uns doch nur angetan. Pasi halt durch. Oh. Der geht auf Gehilfen. Der geht auf Gehilfen! Der geht auf Gehilfen! Ja. Dann kann der Pasi wieder heilen. Ich habe keinen Pip. Ich hole jetzt den. Ist auch gut. Na. Na ja. Pasi ist doch noch tot. Ich hoffe, ich überlebe jetzt noch die Runde und bekomme endlich mal einen Pip. Und du auch. Ich hoffe, das war kein Fehler. Das war ein Fehler. Mist. Nein. Nein. Hast du ein Aufheben? Was gucken. Du willst mich da nur mobben. Warum redest du nicht vorher mit mir? Jetzt sind wir schon bei 37 Minuten. Ach stimmt, du hast gar keinen Cut gemacht. Naja, aber ich werde wahrscheinlich wohl noch einen Cut machen hier. Also ist es dann schon passiert, theoretisch. Ach so. Machst du mir in Ruhe. Ja, klar. Meine Pips. Oh ne. Das schaffen wir nicht, Leute. Ich kann nichts machen. Oh, ich kann mich aufheben. Obwohl, hat er danach nicht... Hat er danach nicht irgendwie was gemacht? Ja, hat er. Ich hebe was Falsches auf. Egal, ich kann eh nichts machen. Ich habe auch keine Klingel gekübt. Wenn du noch lebst gleich. Boah, ey. Ey, guck mal. Als würden die uns zuhören. Ganz ehrlich. Ach, leckt mich doch einfach alle, ey. Ja, ciao. Über welchen? Was hast du hier neuen Plan? Gibt es überhaupt noch Pläne? Ich glaube, wir haben alles durch. Wir haben ja noch Zeit, ne? Bis die Folgen erstmal alle draußen sind. Auf wen geht das? Auf den Gehilfen. Ja, ich flieh auch. Das schaffen wir niemals. Wartet. Nicht fliegen. Ich muss jetzt ein, ein Gehilfen holen, der Baum ab. Das schaffst du niemals. Boah, wartet. Lass mich, okay? Ich hab nie. Wartet. Wartet, 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 wartet. Ach, wo ist er denn jetzt? Hier. Was? Ich flieh. Dann gebe ich mir nicht. Lass die Zeit ablaufen. Dann, wenn ihr wieder da seid, haben die keine Fübs mehr. Ja, aber klar nach. Ach, scheiße, stimmt. Ich würde sagen, wir geben erstmal auf. Nein, wir sind doch jetzt kurz davor. Das schaffen wir nicht. Sollen wir nochmal reinkommen? Ja, dann kommen wir. Unsere Pips sind in der ersten Runde direkt weg. Die tote Beete ist wahrscheinlich wieder da. Und die haben volle Pips und killen uns eh wieder. Mal gucken, ob die tote Beete gleich wieder da ist. Also, ich weiß ja nicht. Mehr als versuchen können wir nicht. Aufgehen wir jetzt auch. Oder? Weiß nicht. Aber gut. Du konntest natürlich hell sehen. Die Beete ist wieder da. Nein! Ich wollte direkt wieder rausrennen. Aber ich könnte angreifen direkt. Mir werden jetzt erstmal direkt die Pips abgezogen. Ja, geh mal bitte auf den Sturm. Das ist jetzt so spannend, was wir gleich kriegen, ja? Wenn wir überhaupt was bekommen. Pssst. Ich werde schon ganz nervös. Ich merke es. Gott, die tote Beete hat so viele Pips. Alle von denen. Oh, bitte jetzt Kritte einmal. Und bitte durch. Nice. Ich tippe auf 5.000. Hier, rechts. Oh, sieben. Okay, der Sturm. Wir könnten es vielleicht ja doch noch schaffen. Der Sturm hat dann noch 4.000 Leben. Da ging es auch durch. Ach, jetzt geht es durch. Ich gehe morgen echt mit Augenrändern bei der Arbeit. Direkt mit dem Ohr wäre gut, ja. Ich gehe eher vor den Pips von dem. Ich denke einfach am Montag, weil dann kommt wieder eine neue Folge Walking Dead. Dann kriege ich wieder gute Laune. Ich bin noch bei der Sturm. Ich bin noch bei der Sturm. Schäm dich. Die letzte Folge, die war so göttlich, ne? Lebst du noch? Nein. Was geht es denn da los? Oh ja, ich hoffe, die zeigen das nicht so ganz, was der mit denen anstellt. Ich will das nämlich gar nicht sehen. Pssst. Okay. Äh, ich bin tot. Mhm, der kommt gleich wieder. Hab ich denn noch Flaschen? Go, Pussy. Mach auf jeden Fall erste Runde mit. Boah, der ist fast tot. Das ist doch nicht geheilt. Das gibt es ja nicht. Ich habe keine Flasche mehr. Gibt es hier auch nur irgendwo Leben? Ich weiß nicht, ich habe die letzte Flasche gerade genommen. Ja, äh, pssst. Was mache ich denn jetzt? Kurz in die Stadtmitte gehen. Kurz. Er hat noch einen Sälder gerufen. Okay, warte. Endlich mal wieder was Schönes hier. So. Den Rindenbart. Ach ja. Als ich geweckt bin, ist mein Gehirn so verschwunden. Er hat einen Mythos-Gilfen gerufen, damit er mit Hautfrosch wahrscheinlich. Aber klar. Vor allem so noch. Vorhin sollen wir den Söldner suchen? Sieht doch blöd aus im Video, wenn wir das nicht zu dritt schaffen. Und jetzt geht es nicht mehr ohne. Ja, anders geht es ja gar nicht, ey. Die Bete muss halt mal auf Söldner gehen. Die Bete muss mal aufeinander gehen. Ah, ich stürmle schon bald tot. Dann kommt die Bete echt nicht mehr, ne? 46 Minuten. Drei Videos. Nein, ich mach 30 Minuten daraus. Die tote Bete ist wieder da. Hm, ich seh schon. Hast du hier Schuttern? Nicht im Sortiment. Okay, okay, okay. Stimmt, ich hätte mal ein paar Angriffe einpacken sollen, ohne, äh, also Schattenpip. Ah ja, jetzt gibt's ja erstmal Ärger, ne? Ich kann diese Muskelkotz alle drei nicht mehr sehen. Ich auch nicht. Am Anfang fand ich nie nur ganz cool. Hm. Ich sag, danach geh ich nie wieder hier rein. Wir haben alle so ekelhafte, geleckte Haare. Ich hab immer noch keine Schritte an meinem Sortiment. Und hofft einfach, dass ich kritze. Wenn ich kritze, ist der Sturmi tot. Ach so, wann hat Passi das geschrieben? Ich hab sie mir jetzt erst geantwortet. Ich bin schon mit Matsche. Jesus Maria, wenn der Sturmi jetzt tot ist, dann kann er der Bete auch nicht mehr befehlen. Durch. Oh mein Gott, 200 Leben. Nein. Oh ja, stimmt, ich hätte echt einen Angriff einpaaren sollen. Ich bin so dämlich. Ja. Naja, immerhin sind seine Pips weg. Schatz. Lebt der noch? Hm. Boah, der ist so knapp, ne? Auf den Gehüfen. Scheiße. Mehr hat der nicht gemacht. Oder es kommt noch. Komm, Gehüse, greif an. Wir haben einen Stabzauber. Doch, bitte. Der geht auf. Nein. Der geht auf den Falschen. Oh, Passi killed. kommt der Falschen.